Wipsel TV präsentiert Kevin Wipsel Vielen Dank, danke, sehr nett, danke schön. Ich habe neulich meinen alten Kumpel Kevin vom Supermarkt getroffen. Und er war völlig aufgelöst, das war Hochsommer und er fragte mich allen Ernstes, ob man 30 Grad Wäsche auch bei 40 Grad aufhängen darf. Danke schön. Und das war es auch schon wieder, das Neueste von Kevin. Ich freue mich über jeden Kommentar, jeden Like und jedes Abo. Bis bald, Mike.